Was ist ein Klient-Betriebssystem? Der Computer-Desktop ist eine eigenständige Computerverarbeitungseinheit. Es wurde entwickelt, um Automatisierungsaufgaben für Menschen auszuführen. Ein Desktop-Computer ist einzigartig, da für den Betrieb keine Netzwerke oder externen Komponenten erforderlich sind. Das Klient-Betriebssystem ist das Betriebssystem für Computer-Desktops oder tragbare Geräte. Dieses Betriebssystem unterscheidet sich normalerweise von zentralisierten Servern, da es nur einen Benutzer unterstützt. Smartphones und kleine Computergeräte enthalten ein Klient-Betriebssystem. Dieses Betriebssystem verwaltet die Komponenten des Geräts, einschließlich Drucker, Monitore und Kameras. Jeder Computer hat normalerweise ein bestimmtes Betriebssystem. Einige Computer können mehrere Betriebssysteme verwenden. Dies wird als Dual-Boot-Konfiguration angesehen. Wenn ein Computer auf diese Weise erstellt wird, kann er so konfiguriert werden, dass für jede Betriebssystem-Konfiguration bestimmte Geräte ausgeführt werden. Dies bietet Flexibilität für betriebssystemspezifische Software. Mit zwei Betriebssystemen erhält der Benutzer mehr Zugriff auf komplexe Softwareprogramme. Viele Computer verbinden sich heute mithilfe von Telekommunikationssoftware mit zentralen Servern im Internet. Auf diesen zentralen Servern werden viele beliebte Programme für soziale Netzwerke ausgeführt, darunter Twitter, Facebook und Nespasse. Die Betriebssysteme der zentralen Server unterscheiden sich normalerweise vom lokalen Klient-Betriebssystem. Diese Computer erfordern keine Betriebssystem-Kompatibilität, da sie Informationen mit einer speziellen Netzwerksoftware austauschen. Heutzutage gibt es viele Arten von Betriebssystemen, die für Klient-Computer entwickelt wurden. Dazu gehören Windows, Linux, Mac und Android. Jedes Betriebssystem ist so konzipiert, dass es auf einer bestimmten Hardware funktioniert. Diese Hardware-Kompatibilität ist eine der wichtigsten Überlegungen bei der Auswahl eines Betriebssystems für Klient-Computer. Es gibt viele frierbare Versionen von Linux für Desktop-Computer. Dieses Klient-Betriebssystem bietet Multiprozessorleistung zu minimalen Kosten. Die meisten Linux-Betriebssystem-Konfigurationen erfordern spezielle System-Engineering-Kenntnisse. Dieser Installationsvorgang ist nicht für Anfänger gedacht. Windows ist heute eines der am häufigsten verwendeten Klient-Betriebssysteme. Dieses Betriebssystem wurde mit der Einführung von Windows 95 populär. Die meisten Unternehmen verbinden die Windows-Office-Suite für die Textverarbeitung. Diese Software funktioniert ohne das Windows-Betriebssystem nicht. Das Windows-Betriebssystem erfordert spezielle Hardware, die diese Anwendung unterstützt. Das Windows-Betriebssysteme. Das Windows-Betriebssysteme.